So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist heute noch Samstag. Da war der Mega-Raiquaza-Entschädigungsevent-Raid-Tag. Der war wirklich richtig genial im Nachhinein betrachtet. Das normale Event war ja richtig sinnlos, wegen Top-Rades. Diesmal war es Raid-Stunden, drei Raid-Stunden, wo man in einer Raid-Stunde an einer Arena zweimal Raid machen konnte. Also ihr kennt ja Raid-Stunden und das hat Spaß gemacht. Wir haben gestreamt, zwei Stunden in Meiningen, eine Stunde aus London. Das war richtig genial. Also ich habe euch eingeladen mit einem kleinen Raid-Account. Und viele waren da dankbar, viele fanden das cool. Auch die Gespräche, das Rumhängen, das Chillen, einfach ganz gemütlich. Und das war toll. Das hat ein schönes Feeling wieder mal gehabt. Ich möchte euch jetzt, weil es ja auch eine kleine Forschung gab, zu diesem Raid-Quaza-Mega-Raid-Event-Spezial-Ersatz-Entschädigungstag. Da gab es eine kleine Forschung dazu. Wer das nicht mitgekriegt hat, ist es jetzt eh zu spät. Und weil das auch in der Abenteuerwoche noch war, wo es ja auch wieder eine Forschung gab und Sammlerherausforderungen und auch ein Ticket, mir ein Ticket gegeben wurde in der Abenteuerwoche, wo ich wieder eine Spezialforschung habe, die begrenzt ist, die nicht jeder hat und ich solche Forschungen ja immer zeigen möchte. Mein größtes Problem war jetzt aber, ich hatte absolut keine Ahnung, von wem die Forschung ist. Ich habe nur gesehen, ich kann sie nicht kaufen. Ich kann sie, ich will sie auch nicht kaufen. Ich gebe ja kein Geld mehr dafür aus. Aber es ging nicht kaufen und dann habe ich ins ganze Tagebuch geguckt, habe nichts gefunden. Ich habe einen Aufruf gemacht auf YouTube, habe nochmal gefragt, wer hat mir das Abenteuer-Ticket geschenkt? Und jetzt sehe ich, vor fünf Stunden hat einer geschrieben, ich, der heißt Fake K1 506. Also ihr würdet jetzt Verkeck 1506 lesen, aber wenn ich irgendwie da draufgehe auf den Namen oder so, oder aufs Profil, der heißt Fake K1, Fake K1. Und der Alias ist Fake K1506. So, der hat auch einen Schilling abonniert. Ich weiß jetzt nicht, ob er das wirklich gemacht hat oder ob das wieder so ein Spaß ist, dass man sagt, ich war es, ne, so wer ist vom Hochhaus gesprungen? Ich, aha, alles klar. Hat da Fake Account mir das Abenteuer-Ticket geschenkt? Oder findet sich noch jemand, der mir das wirklich geschenkt hat? Auf jeden Fall möchte ich euch erstmal das Ticket der Abenteuer-Woche zeigen, was man ja nur hat, wenn man es kauft und ihr das vielleicht nicht kauft und deswegen nicht wisst, was da drin ist. Das waren die Aufgaben in dieser befristeten Premium-Forschung Abenteuer-Woche. Erkunde zwei Kilometer, erkunde zwei Kilometer, erkunde vier, erkunde vier, brüde ein Ei, brüde ein Ei, brüde zwei Eier, brüde zwei Eier und schließe zehn Feldforschungsaufgaben ab und nochmal schließe zehn Feldforschungsaufgaben ab. Ich habe gesagt, für mich lohnt sich das nicht, das finde ich nicht wichtig, sind halt drei Brüder dann unten drin, die Pokémon-Begegnungen, okay. Aber wenn da keine Raid-Pässe drin sind, flasht mich das nicht. Sachen mit Raid-Pässe nehme ich gerne an, wenn ihr da was schenken wollt, weil genau wie an einem Raid-Tag wie heute kommen diese Raid-Pässe gut zum Einsatz. Dann gab es natürlich auch hier diese zwei Sammler-Herausforderungen. Da musste man hier Kabuto fangen und entwickeln, Aerodactyl fangen, Ammonitas fangen und entwickeln, dann hier Rotomur fangen und entwickeln, Dummisel und dann Dicta fangen und entwickeln. Jetzt kann ich das zumachen, kann hier rüber wechseln, kann mal ganz bis runter und dann mal schauen. Das ist bodenlose Buddelei-Sammler-Herausforderung. Da gibt es auch 25 Mega-Energie für Aero-Kack-Sprühl, 2500 Staub und eine Begegnung mit Lidl-Jep. Wir fangen das jetzt schnell weg. Ich werde das jetzt nicht bewerten. Ich werde jetzt alles fangen, aber nicht bewerten. Das bewerten machen wir dann gleich noch. So, hier haben wir jetzt uralte Entdeckungensammler-Herausforderungen. Auch Staub, 25 Mega-Energie und eine Begegnung mit Anorit. Wir fangen den, wir bewerten den nicht. nur schnell fangen, bewerten machen wir dann alles gemeinsam am Schluss. Das ist jetzt hier also hier, Mega-Rei-Quaser, wo es am Ende nochmal ein Meteorit gibt. Da muss ich aber kurz noch eine Feldforschung abholen. Fangen wir mal kurz das. Da ist ein Rotomurf drin. Fangen wir auch einfach das, was unten drunter ist. Da ist das auch gleich fertig. Da ist ein Galapavloss drin. Weil gerade aus den Quests kann er natürlich gute Werte haben. Jetzt gehen wir wieder rüber. Haben jetzt also alle Aufgaben fertig hier. Das war die Forschung, die heute am Rei-Quaser-Tag jeder hatte. 1000 EP, 20 Bälle, 5 Bananen, 5 Sticker. Ich hätte mir gewünscht, dass hier auch noch ein bisschen Mega-Energie für Rei-Quaser drin ist. Weil manche haben halt nur 2, 3 Raids machen können. Ihnen fehlt immer noch was. Aber zumindest war ein Meteorit drin. Dass ihr nochmal Zenitstürmer beibringen könnt. Und nochmal ein Mega-Rei-Quaser vielleicht entwickeln können. Und das jetzt hier sind die Aufgaben vom befristeten Premium-Forschungsticket Abenteuerwoche. Was ist da jetzt alles drin? Wir haben hier ein Balgoras. Balgoras ist auf jeden Fall cool. Ist ja ein Saurier. Sieht als shiny auch. Wunderbar aus. Dann haben wir nochmal hier Amarino. Ist ja auch auf dem Titelbild zur Abenteuerwoche abgebildet. Hier haben wir nochmal Balgoras. Richtig genial. Hüpf doch nicht. Greif doch nicht an. Mach nichts böse. Weil, ey, der ist aber C. So, jetzt. Der ist nicht C. Der ist Zai. Das ist wieder ein kleiner Wortwitz. Aber das verstehe ich ja nicht, wenn ihr den Zai nicht kennt. So. Machen wir hier also nochmal. Zack. Ball drauf. Flüchten. Zack. Ball drauf. Flappterix. Ja. Ist aber, glaube ich, halt mega unnütz. Aber wer das noch nicht als shiny hat, freut sich bestimmt. Galabafloss ist, glaube ich, auch mega unnütz. Aber als shiny. Diese grüne Farbe. Himmt man auch gerne mit. Also. Nochmal Flüchten. Dann wird jetzt hier natürlich nochmal ein Galabafloss drin sein. Haben wir noch ein Duo, was auftreten kann. Und zweimal kommt. Ammonitas und Kabuto. Das wär's. Ne. Jetzt haben wir am Ende nochmal Cognodon. Ne. Und dann ist das zweite hoffentlich auch nochmal ein Cognodon. Ne. Ist ein Schilderus. Okay. Ja. Das ist ja der Bruder von Cognodon. Und ganz am Ende müsste jetzt hier neben den Brutmaschinen ein Aerodactyl drin sein. Ist auch drin. Da wird auch wieder gecurved. Richtig schlimm gecurved. So, dass man gar nichts hier machen kann. Ist es jetzt drin? Es ist drin. Das ist jetzt alles fertig. Das ist auch fertig. Jetzt wollen wir mal ganz kurz uns die angucken, die wir gerade gefangen haben. Das ist Liljeb gewesen. Hat recht gute Werte. Drei Sterne. Dann haben wir hier 96er Anorit. 15 Angriff dabei. Rotomurf. Auch drei Sterne. Galabafloss ist nix. Das 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 ist nix. Also alles ist nix. Kann man schon vorher sagen. Zwei Sterne. Drei Sterne. Das sieht gut aus. Alles gleich. Nochmal drei Sterne hier. Zwei Sterne. Und das Aerokack sprühlt. Nochmal drei Sterne. Das sieht gut aus. Beim Aerodactyl. Habe ich ja eins mal erlöst. Zu einem hundertprozentigen. Bin gerade auf dem Punkt, das auf Level 50 zu ziehen. Erlöste. Hundertprozentige Mega-Pokemon. Auf Level 50 sind ein kleines Ziel, was ich auf dem Account habe. Fehlt nicht mehr viel. Da sind 18 XL Bonbons. Danach kommt nochmal 20 oder so. Es dürften nicht mehr viele Power-Ups sein. Das Event läuft noch ein bisschen. Es gibt auch noch ein paar wilde. Ich bin mit dem auch unterwegs gewesen. Letzte Zeit viel. Bin mit dem rumgelaufen. Mal gucken, ob ich das noch erreiche. Was ich jetzt aber noch brauche. Achso. Ich möchte euch die Rayquaza beim Rayquaza-Entschädigungsevent-Tag mal kurz zeigen. Ich habe mir nämlich extra vor dem Entschädigungstag nochmal eine Box gekauft. Da war eine Box für 750 Coins im Shop. Da waren 10 Premium-Rate-Pässe drin. Ich hatte zwei Grüne noch auf der Hand. Ich habe 10 bekommen. Hatte dann 12. Habe noch ein paar Tage Münzen aus Arenen bekommen. Und habe mir dann nochmal dieses Dreier-Bundle geholt. Dann hatte noch 160 Münzen irgendwas übrig. Ich bin nochmal drauf. Habe mir nochmal einen einzelnen geholt. Und aktuell habe ich 18 Münzen. Nichts aufgeladen. Nichts gekauft. Ist wirklich aus dem täglichen Arenen setzen. Das ist mir wichtig. Sonst hätte ich nämlich mehr gemacht. Aber so konnte ich in den zwei Stunden 11 bis 12 und 13 bis 14 in Meiningen trotzdem noch Rayquaza-Rates mitmachen. Und da habe ich jetzt folgendes hier bekommen. Drücken wir uns auch mal kurz durch. Ich sehe hier auch das Datum 3.8. Drei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Nix. Shiny mit 21,12. Ist immer gut zum Tauschen. Hier noch ein Shiny mit 21,78. Das ist ein 96er. Aber das blöde wäre. Dann haben wir hier nochmal eins. Ein XXS. Also ein mega kleines. Seht ihr da? Das ist mega klein. Das ist normal. Da gehen die Hörnchen oben raus. Dann haben wir hier wieder. Hier. Oha. 21,84. Drei Sterne. Acht und neunziger. Aber 14 Angriff. Das ist ein XXL. Ein XL. Sorry. Das ist auch gar nicht so viel größer als der Rest. Hier nochmal eins mit 15 Angriff. Genau. Dann hier fast das schlechteste. 15,15. 10, 15,15. 11. Und das sind die Sachen, die ihr eben habt. Das finde ich gut. Mir war es nämlich wichtig, für Rayquaza noch XL Bonbons zu ziehen. Ach so. Das letzte Rayquaza heißt übrigens Phil McChill. Weil das ein Freund auf meiner Liste ist. Und ich aus der Wochenend, aus der Wochenbelohnung, 7 Tage Bonus, habe ich im Feldforschungsdurchbruch einen Fernraidpass bekommen. Das fand ich richtig genial. Die sind so selten. Ich habe einen Fernraidpass bekommen. Aus der Wochenbelohnung. Und den habe ich heute am Rayquaza Raid Tag, Entschädigungsevent Bonus, habe ich genutzt. Als ich nämlich die anderen nur noch eingeladen habe, habe ich immer auf mein Handy geguckt, ob ich eine Einladung noch kriege. Vielleicht von irgendjemandem. Da waren viele Leute dabei, die haben eingeladen, waren aber alleine in der Lobby. Und Phil McChill hat eingeladen. Da waren 8 Leute drin. Ich bin drin geblieben. Irgendwann hat die Lobby 20 Mann gehabt. Also, den einen Fernraidpass. Ich mache nie Fernraidpässe. Ich kaufe nie Fernraidpässe. Ich habe beim GoFast Gera einen Fernraidpass für eine Einladung für Sabrina spielt. Ausgegeben, weil ich einen hatte und den einfach loswerden wollte. Jetzt habe ich einen bekommen und diesen einen habe ich für Phil McChill seine Einladung ausgegeben. Also, richtig genial. Ich hoffe, er freut sich, dass das irgendwie so geklappt hat. Hier habe ich jetzt meinen Hunderter. Das habe ich getauscht mit Andy Maas. Und habe dann ein 100%iges Rayquaza bekommen, was auch eine Mega-Entwicklung durchführen kann. Für das sollen jetzt hier die Power-Ups auch sein. Ich habe ja heute ein paar Bonbons gemacht. Und da möchte ich hier was draufgeben. Noch ein bisschen pushen. Von 3.9 auf 4.157. Das ist immer noch nicht Level 50. Wenn irgendwann nochmal Rayquaza-Rades kommen, freue ich mich natürlich drauf, dass der irgendwann auf Level 50 geht. Ich habe jetzt einen einzigen Meteorit noch übrig. Ich habe halt einen Hunderter entwickelt. Mega-Entwicklung gemacht. Und bei einem Shiny, mittlerweile habe ich natürlich jetzt ein besseres Shiny, habe ich noch. Ich habe noch Mega-Energie. Ich könnte sogar mal noch ein anderes Rayquaza-Shiny mega entwickeln. Aber es ging ja nur um die Farbe und nicht, dass das gute IV hat. Ansonsten muss ich sagen, macht die Abenteuerwoche echt Bock. Zwischendurch jetzt die Ray-Entschädigung. Ein paar Rades gemacht. Die Pokémon in der Abenteuerwoche sind für mich meistens cool. Sind coole Teile dabei. Macht Spaß. Das Ticket, ja, hat jetzt coole Pokémon auch in der Begegnung. Ich weiß nicht, ob es also dieser Fake K1 war, der das Ticket geschenkt hat. Wenn nicht, klärt mich bitte nochmal auf. Ansonsten war es halt von ihm. Ihr werdet am Sonntag aber erstmal den Community Raid mit Lavados sehen und Hannes zusammen. Und das Video werde ich vielleicht für Montag raushauen, dass das noch kurz nach dem Wochenende kommt. Und das war es. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr am Wochenende nochmal Rayquaza-Raids gemacht? Habt ihr noch ein gutes bekommen? Habt ihr noch ein Shiny bekommen? Oder sagt ihr ja, seid satt an dem Pokémon? Und habt ihr euch das Abenteuerwoche-Ticket gekauft? Und freut ihr euch auf die Übernahme von Team Rocket? Denn dann nimmt die Abenteuerwoche nochmal Fahrt auf. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Hannes. Für's euch. Für's euch. Und ciao.